Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich nochmal explizit mit euch über das Shedding sprechen, beziehungsweise über die Abgabe von Spike-Proteinen von einer Person auf die andere Person. Bevor ich das tue, kurz etwas zu mir. Mein Hauptfokus und Themengebiet ist die Mikroskopie. Dafür interessiere ich mich und ich gebe ja auch Mikroskopie-Schulungen. Was mich auch interessiert, ist immer der Nachweis von Krankheitsprozessen mit Hilfe eines Mikroskops. Und weil aktuell so etwas wie die Klotz, also diese starke Blutgerinnungsförderung und so, das ist ja eben einerseits viel in Studien drin, man kann eben mikroskopische Bilder sehen, das kann ich aber eben auch am Mikroskop so nachstellen und von daher ist das einfach sehr interessant. Darüber hinaus bin ich ja 2009 an Neuroborreliose erkrankt und ich sehe halt gewisse Parallelen zwischen dem Spike-Protein und einer Borreliose. Und das interessiert mich eben auch. Also so ein bisschen aus Forschungsgründen und so ein bisschen auch aus eigener Krankheitsgeschichte. Letztes Mal bei dem Thema Shedding ging es ja darum, was ist eigentlich, wenn jemand irgendwie geimpft wurde? Kann es sein, dass dieser jemand dieses Spike-Protein auch auf andere übertragen kann? Wie bin ich zu diesem Thema denn gekommen? Die Frage habe ich häufig erhalten und ich hatte keine Ahnung, ob das möglich ist und ich habe das erstmal relativ neutral gesehen. Aber in letzter Zeit kam diese Frage doch immer, immer häufiger auf von anderen Menschen, die eben gesagt haben, ja irgendwie, sie können sich das nicht anders erklären. Okay, und deswegen habe ich eine Studie rausgesucht und die habe ich ja auch beim letzten Mal zitiert. Ihr könnt da jetzt nochmal drauf gucken. Es ging um Exosomen. In anderen Studien kann man herausfinden, dass Exosomen über die Atmung herausgebracht werden und dass eben Exosomen so auch an andere Menschen rübergehen. In der Studie konnte man aber auch sehen, dass Spike-Protein in diesen Exosomen gefunden wurden. In kleinen Mengen. Und ja, auch das Spike-Protein ist sehr klein. 50.000-fache Vergrößerung ist sehr klein. Dieses Spike-Protein muss man natürlich für ein Elektronenmikroskop anfärben, in Anführungszeichen. Man benetzt es mit Silber. Aber das Silber setzt sich nicht von alleine an so ein Spike-Protein. Da braucht man es noch einen Kleber. Diesen Kleber, den nennt man eben Antikörper. Man benutzt also spezielle Antikörper, die nur an das Spike-Protein randocken. Das ist ja kollodiales Silber. Das kollodiale Silber wird also mit diesen Antikörpern beschichtet und dann, Schlüssel-Schloss-Prinzip, wird das eben drangelagert und so können wir das dann eben sichtbar machen. Wir nicht, aber wenn man ein Elektronenmikroskop hat und ein ganzes Institut zur Verfügung, dann kann man das eben machen. Es ist so, dass natürlich jede Studie auf etwas abzielt und jeder, der eine Studie finanziert, hat natürlich auch ein gewisses Interesse. An irgendetwas, zumindest, dass etwas Vermarktungsfähiges am Ende rauskommt. Das weiß ich. Dennoch, ich habe es mir angewöhnt, schon die Wissenschaft zu betrachten und für mich so das Beste herauszuziehen. Ob am Ende von diesen ganzen Studien, die ich jetzt zitiere, ob am Ende da irgendjemand ein Patent anmeldet und ein Medikament vermarkten will, weiß ich nicht. Möglich ist es, hat aber mit mir persönlich nichts zu tun. Und die mikroskopischen Bilder, wie gesagt, sonst rund um dieses ganze Amyloide, Fibrin, Blutgerinnung, angeregte Thrombozyten, ist etwas, was ich eben sehr beobachte, weil es eben mich sehr interessiert. Das kann man eben am Mikroskop auch selber ausprobieren. Das kenne ich aber auch schon seit vielen Jahren von Langzeitborreliose-Kranken. Und von daher ist das eben für mich ein absolut spannendes Themengebiet. Dieses Spike-Protein, das hat ja einen gewissen Reiz auf die Blutgerinnung im Blutkreislauf. Also was wir schon in den Studien ja gesehen haben, scheint ja so zu sein, dass dieses Spike-Protein sehr stark die Blutgerinnung fördert, im Sinne von, dass sich Fibrin eben bildet, dass sich die Thrombozyten angeregt fühlen, auch mehr Stoffe zu bilden, auch nochmal mehr Gerinnungsfaktoren abzugeben. Okay. Das Spike-Protein kann aber scheinbar auch relativ leicht in Zellen eindringen. Man sagt ja auch, das Spike-Protein ist praktisch der Schlüssel für das Virus, um überhaupt in die Zelle zu gelangen. In Studien kann man aber auch aktuell sehen, dass das Spike-Protein, wenn man das jetzt auf Atemwegs-Epithelzellen gibt, dass das dann eben eindringt. Und von da aus, wir sagen im Deutschen wandert, ein Virus wandert eigentlich nicht, aber wir sagen so wandert, wandert das Virus zum Zellkern und in den Zellkern. Die Frage war, kann eben so ein Spike-Protein etwas krankmachendes auslösen? Sagen wir es mal so, das Spike-Protein ist auf jeden Fall so klein, dass wir es erstmal schwierig wiederfinden werden im Körper. Also wir werden es wahrscheinlich nicht so leicht wiederfinden im Körper. Es wird verschwinden. Aber Richtung Zellkern zu wandern ist schon ein, ich sage es mal so, es hat ein gewisses Gefahrenpotenzial, ohne dass ich jetzt jemandem Angst machen möchte. Ich hatte ja eine Studie rausgesucht, wo es jetzt keinen Unterschied machte, ob man jetzt geimpft ist oder ungeimpft ist. Es ging einfach nur um das Spike-Protein. Warum habe ich das gemacht? Zum einen, weil es einfach die besten Bilder in dieser Studie gab. Zum anderen aber ist es ja eben auch die Frage, ob nicht alle letzten Endes, wir Menschen als Kollektiv, alle uns damit irgendwann auseinandersetzen müssen, ob dieses Spike-Protein in unserem Körper gelangt ist und ob es da überdauert. Das ist eben eines der Fragen. Und es gibt aber auch Studien, und wenn wir jetzt das Thema geimpft nochmal aufgreifen möchten, es gibt ja diese Spike-Messenger-RNA, also der Bauplan für die Ribosomen, Spike-Protein zu bilden. Diese Spike-Messenger-RNA hilft den Spike-Proteinen, die eventuell vorher gebildet worden sind oder vorher schon in den Körper gelangt sind, hilft den Spike-Proteinen, Richtung Zellkern zu gelangen. Also die Messenger-RNA macht sich auf Richtung Zellkern, aber auch das Spike-Protein. Und die Messenger-RNA hilft nochmal extra dabei. Okay? So habe ich es zumindest in den Studien gelesen und so habe ich es verstanden. Ja, ansonsten das Thema Endothelzellen. Das sind ja diese Zellen als Auskleidungsschicht unserer Blutgefäße. Das ist die absolute Zielzelle für sehr viele Erreger. Was meine ich mit Zielzelle? Da wollen sie rein. Da wollen ganz viele rein. Da wollen verschiedene Viren rein. Auch Zytomegalivirus, Epstein-Barr-Virus möchte da rein. Aber auch viele andere Erreger, zum Beispiel Rickettsien. Und diese Endothelzellen werden eben geschädigt, einerseits dadurch, dass zum Beispiel Spike-Protein da drin gebildet wird. Also irgendwie ist das wirklich eine absolute Zielzelle auch für die Messenger-RNA. Das ist also das eine Problem, dass die Endothelzellen möglicherweise nach einer Impfung Spike-Protein herstellen. Es kann aber auch eben sein, dass das Spike-Protein an sich da reinwandert in die Endothelzellen. Die Endothelzellen leiden aber eben auch darunter, wenn sehr viel Blutgerinnung stattfindet. Also wenn sich natürlich so eine Art Verkapselung oder Beschichtung über diese Endothelzellen drüber legt, Richtung Arteriosklerose letzten Endes auch, dann werden die natürlich auch mehr abgeriegelt und werden nicht mehr so gut mit Nährstoffen versorgt. Und von da aus natürlich auch der gesamte Körper. Viele haben sich ja auch dafür interessiert, gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft? Das kann ich auch gerne nochmal in anderen Studien heraussuchen, was es dazu jetzt genau gibt. Ich aktuell weiß nicht genug darüber, wie man das jetzt exakt herausfindet. Das wissen auch die Pathologen und so. Wenn man die fragt, wahrscheinlich viel besser, wie man da wirklich diesen Unterschied herausarbeitet. Für die Leute, die mikroskopieren, wird es auch irgendwann so sein, dass ich denke, dass wir dann so eine so Charakteristika im Blut finden, so Signale, dass wir sagen, das und das ist jetzt da, die und die Immunzelle verändert sich. Wir haben es hier mit einer aktiven Infektion zu tun und dass man das dann eher so herausarbeitet. Aber ich glaube, da braucht es noch ein wenig Zeit. Wie gesagt, man muss wahrscheinlich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Was ist aber die dahinterliegende Frage? Im Grunde genommen, wenn es jetzt Richtung Impfschäden geht, ist es ja juristisch betrachtet eine Schuldfrage. Also wer ist verantwortlich für den Impfschaden und existiert überhaupt ein Impfschaden? Wobei ich mich frage, ob man nicht sogar noch ein Stück zurückgehen sollte und sich überlegt, wer ist denn überhaupt Schuld an der Infektion beziehungsweise an der Freilassung von einem Virus? Also wo kommt das Virus her? Wie ist es entstanden? Und konnte das Virus eingedämmt werden oder konnte das Virus nicht eingedämmt werden? Vielleicht muss man auch nochmal ein paar Schritte zurückgehen und mal erstmal sich diese Frage stellen. Und dann, natürlich war das ja relativ zeitgleich, die Entstehung des Impfstoffes und die Entstehung von der Pandemie. Aber dennoch kann man ja eventuell auch noch da ein wenig genauer hingucken und suchen, ob man da nicht auch fündig wird. Denn letzten Endes wird es wahrscheinlich so sein, dass dieses Thema Long-Covid, natürliche Infektionen oder Impfschaden wird wahrscheinlich relativ stark vermischt werden und im Körper wahrscheinlich immer schwieriger zu trennen sein erstmal. Wie gesagt, kann ja auch sein, dass man noch genaue Charakteristika weiter herausarbeitet, aber es wird ein Mischmasch sein. Wir haben ja auch schon einen Mischmasch an Varianten. Teilweise haben auch manche Menschen einen Mischmasch an verschiedenen Impfstoffen in sich. Manche haben ja AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech. Also da sind ja wahrscheinlich auch verschiedene Stoffe miteinander kombiniert und dann noch ein paar, es ist jetzt egal, ob es ein Shedding war oder ob es so eine Infektion war, aber da wird einiges zusammengekommen sein. Daher wird es ein Pool an Ergebnissen liefern, wenn man so eine Untersuchung macht und von daher muss man vielleicht wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, wo kommt das Ganze denn überhaupt her und wer hat es gefördert und wer hat es nicht verhindert. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eure Mini Mikro! Eure Mini Mikro! Bis zum nächsten Mal.